und mein level ist 151 noch was sagt die fähigkeiten sind gut hier brauche ich viel machen zwei gänge das wird dann ein zwei gänge menü hier wird es wahrscheinlich auch keine keine überreste geben obwohl doch ein überrest könnte hier noch sein zwar eos überrest dann ist das letzte eos überrest nämlich wahrscheinlich auch dort oben im letzten dann schon es wird wahrscheinlich der letzte dann zu sagen letzte gegend letzte gebiet 100 pro mit keine ahnung wie vielen posten da noch kommen was ist mit mir los ich renne in die attacken rein und 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 Oh, da kommen sie schon. Die Affenbande. Also sind die Tiefen, die ich gemacht habe, in der Demo wirklich Demo-exklusiv gewesen. Können wir vorstellen, dass der Boss in der Demo wahrscheinlich hier gar nicht mehr vorkommt. Ich finde es schade. Das war ein richtig genialer Boss. Oder als DLC vielleicht nochmal nachgeschoben. Eine zwar besserte Version. Ich lasse mich überraschen. Ähm... Ähm... Io, wir gehen wieder. Oh nein, was? Was macht die denn hier? Okay, die letzten Tiefen, da hauen sie nochmal raus. Ich weiß jetzt auch, wer der zweite Boss hier in diesem Dungeon dann sein wird. Ah... 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 Blech. Bye. Sch So hätte ich mir am liebsten alle Tiefen gewünscht. Mit einem richtigen Boss, wo man einen Schlüssel bekommt. Aber ich glaube die hatten, denen sind die Ideen ausgemacht. Ich glaube die konnten nicht so viele Bosse da hinstellen. Oder wenigstens die letzten Tiefen nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Oh nein, ich habe hier ein Übles. Ja. Dann wird der Kanonier auf der anderen Seite warten. 100 pro. Warum laufe ich eigentlich weg? Die sind doch gar nicht schwer. Sagt er und kriegt einen Schlag ab. Alter, diese Maske, ne? Ah, das war zu viel zu spät. Ich höre nur noch Stampf, Stampf, Stampf. Ich komme ja nicht weg, ich komme ja nicht weg, ich komme ja nicht weg, oh Gott. Wieso hat der keinen Schaden bekommen? So. Oh. Du sollst härter sein als das, was... Ich glaube nicht, dass du härter bist als alle anderen. Boah, Silberwolfschwert, ja endlich! Das Schwert wollte ich auch schon die ganze Zeit. Rein in meine Sammlung. Der Loot-Messi ist wieder da. Ja. So, dann weiß ich ja, in der nächsten ist das Feuer-Typ wieder. Also. Habe ich. Wird nicht, kann es nicht wechseln. Das war so klar. Aber. Wir haben die Fähigkeiten gelevelt. Ich kann meinen Skatach benutzen. Und bevor ich den mache, wir haben Wolfram. Wir haben sehr viel Wolfram gefunden. Ja. 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 Und dieses Wolfram wird jetzt benutzt. Für zwei Waffen auf jeden Fall. Und wenn ich sechs von diesem Wolfram habe, sogar noch einen für meinen Schleier, den ich im Moment nutze. Wir haben nur fünf! Nein! Aber Coco? Coco kannst du... Verkaufst du? Du verkaufst, komm! Sie verkauft Königin Titan! Unendlich! Ich kann jede Waffe jetzt auf neun Stufen. Ich muss auch mal kurz auf Toilette, ich bin gleich wieder... Juuu... 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 Das ist nicht zu schön. Juuu... Waaah. Juuu... Das war's für heute. Ich muss das Feuerschwert doch erstmal austauschen. Ich mache hier zwar jetzt nur noch eine Rolle mit dem Ding. Ich überlege euch den Schleier vielleicht doch dann so. Ah, mit dem Schleier... Oh! Königin und Wolfram! Wir können also doch noch das... Warum finde ich es? Jetzt! Jetzt gehe ich nicht zurück. Nö. Oh nein. Was? Hier auch nochmal? Ja, kommt schon den Mix. Mix wir ja da. Ja. Kann der mal aufhören mich zu stalken hier? Oh nein. Oh nein. Io. Wieso lässt du mich im Stich? Ach, was mach ich da? Okay, okay, okay. Io lässt mich jetzt allein. Soll ich den Feuertypi versuchen mal allein zu catchen oder so zu prügeln? Schwer ist der hier nicht. Und ich weiß, dass er es ist. Oh. Wir haben was sehr interessantes verteidigt. Und ich weiß, dass er es ist. Und ich weiß, dass er es ist. Schlitz! Komm, du lebst! Oh, diese Tiefen sind die besten Tiefen bis jetzt. Also mir gefallen die sehr gut. Die letzten Tiefen. In den tiefesten Tiefen der Tiefen finden wir noch mehr Tiefen. Da ist er, der Kanonier! Jetzt sind das Eisattacken. Eis, Eis, Eis. Wow! Ich stecke hier fest! Wie dumm! Soll! Soll! Soll es jetzt, was die Tiefen der Tiefen sind? Soll ich jetzt auf die Tiefen aus? Soll ich das? Soll ich, was sie? Soll ich das hier? Soll ich es nicht. Soll ich es nicht. Oh, wie ich das hier? Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Oh Gott! Na nur mal den Flammenwerfer, komm. Haha, daneben Ah man, ich komme gerade nicht an ihn ran Der hat immer genau in die Richtung gefeuert, wo ich war Na gut, ich lasse den mal ein bisschen rutzeln Au Haha Haha Das war's. So, den Kanonier alleine. So, den Kanonier.